Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Pen Ocean Photo Workshops zur Unterwasserfotografie mit Farbfiltern. Mein Name ist Roland Conrad, ich bin Reisender Unterwasserfotograf und genieße weiter meine Zeit hier im indonesischen Teil von Borneo auf Nabucco Island. Im ersten Teil unserer Videoreihe hast du erfahren, wie Filter im Wasser unsere Unterwasserfotografie beeinflussen. Jetzt aber soll es darum gehen, wie du mit Filtern im Wasser arbeitest. Egal was die Filterhersteller versprechen, einfach ins Wasser springen und auf den Auslöser drücken ist nicht. Aber keine Sorge, nach diesem Video wirst du wissen, wie es geht. Es ist auch nicht besonders schwierig. Man hört und liest immer wieder, der Mittag sei die beste Zeit zur Filterfotografie. Schließlich ist dann das Tageslicht am härtesten und am hellsten. Trotzdem würde ich das so in seiner Absolutheit nicht unterschreiben. Gerade hier in äquatornahen Gefilden treffen die Sonnenstrahlen nahezu senkrecht auf unsere Motive. Die Oberseite wird also hell erleuchtet. Die seitlichen und unteren Bereiche bleiben aber meist ziemlich dunkel. Also muss ich meinen Tauchgang so planen, dass mein Motiv auf den Seiten angestrahlt wird, die ich fotografieren möchte. Auf jeden Fall aber stimmt die Faustregel. Je ruhiger die See und so wolkenloser der Himmel, umso mehr Licht ist im Wasser. Eine wellige Oberfläche reflektiert und streut mehr Sonnenstrahlen. Wolken verschatten die Szenerie und können gleich mehrere Blendenstufen Lichtverdurst bedeuten. Die Filterfotografie ändert die Art und Weise, wie du deine Motive auswählst. Normalerweise suchen wir ein Motiv, das wir möglichst ohne andere störende Elemente in einen interessanten Bezug zu einem mehr oder weniger reduzierten Hintergrund setzen können. Das fällt uns in der Weitwinkelfotografie auch sehr leicht. Durch Extension und schnell abnimmende Luminanz stechen meist die von uns ausgeleuchteten Motive sowieso farblich wie auch in ihrer Helligkeit leicht gegen ein nettes Blau oder ein nettes Grün heraus. Anders in der Filterfotografie. Ein Filter kann nicht selektiv arbeiten. Farbigkeit und Helligkeit werden im kompletten Bild verändert. Deshalb eignen sich zum Beispiel Rotfilter gut für große Tiere und Fischschulen im Freiwasser. Diese können wir nie komplett ausleuchten. Und der Hintergrund ist frei von störenden Elementen. Oder wir entscheiden uns für Wracks oder große Felsformationen, deren Umgebung wir gerne mit in unsere Bildkomposition aufnehmen möchten. Auch hier helfen uns Blitze und Lampen meist nicht weiter. Wenn du also nach Motiven suchst, dann sollten diese entweder in einem sehr aufgeräumten Hintergrund liegen. Oder aber du musst den gesamten sichtbaren Hintergrund mit in die Bildgestaltung mit einbeziehen. Das kann sehr lohnend sein, ist meist aber auch recht herausfordernd. Wenn du nun im Wasser dein Motiv gefunden und dich für eine Bildkomposition entschieden hast, gehst du folgendermaßen vor. Bringe deinen Farbfilter an bzw. vergewissere dich, dass er richtig montiert ist. Und dann, ganz wichtig, gehe auf die Tiefe, in der du deine Aufnahme machen möchtest. Sorge dafür, dass du die Sonne im Rücken hast und dein Motiv ausreichend von natürlichem Umgebungslicht ausgeleuchtet ist. Jetzt mache mit vorgesetzten Filter einen Weißabgleich. Wie genau das an deiner Kamera geht, musst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Häufig brauchst du dafür eine weiße oder graue Fläche als Referenz. Wenn du keine extra wasserfeste Weißabgleichskarte dabei hast, habe ich auch nie, dann kannst du entweder einen sandseigen Meeresboden dafür benutzen oder auch gerne mal die Luftflasche deines Tauchpartners oder aber seine weißen Flossen. Jetzt kannst du deine Aufnahmen machen. Sollte sich deine Tauchtiefe deutlich ändern, musst du den Weißabgleich wieder anpassen. In der normalen Unterwasserfotografie freuen wir uns fast immer über künstliche Lichtquellen. Helfen Sie uns doch, die Farb- und Helligkeitsverluste des Wassers auszugleichen. In der Filterfotografie ist das etwas schwieriger. Blitz- oder Lampenlicht ist in der Regel weiß. Je nach Farbtemperatur etwas kalt-bläulich oder warm-gelblich. Der Rot- oder Mangenta-Filter färbt dieses Licht genauso wie das Umgebungslicht ein. Ich komme also zu vollkommen unnatürlichen Farbwiedergaben. Aber glücklicherweise gibt es hier Abhilfe. Ich setze einfach Farbfilter vor meinen Blitz oder meine Lampe. Das sind meist ganz einfache Farbfolien, die ich zwischen Blitz und Diffuser anbringe. Damit lässt sich das Licht in der Farbe des Umgebungslichts einfärben. Durch meinen Farbfilter an der Kamera stimmt das Ergebnis wieder. Allerdings brauchst du verschiedene Filter in verschiedenen Blau- oder Grüntönungen. Denn auch diese müssen auf das Umgebungslicht, je nach Gewässer, Farbtemperatur, der Lichtquelle und der Tiefe bzw. Lichtweg angepasst werden. Es ist also wieder einmal das freudige Ausprobieren angesagt. Aber wie bereits im ersten Video gesagt, alle Filterfotografie ist ungenau und braucht noch die Nachbearbeitung am Computer. Darum soll es dann im nächsten Video geben. Wenn du unseren YouTube-Kanal oder unseren Newsletter auf www.penoceanfoto.com abonnierst, verpasst du das auf keinen Fall. Oder folge uns einfach auf Facebook, Twitter oder Instagram.